jetzt sparen 20 prozent auf beliebte items und meine katze sagt nein macht das nicht ja sagt so richtig so leute und zwar wir können ja jetzt mal kurz noch trotzdem an das spiel treten katze jawohl was hast du was hast du zu dem spiel nee nicht gut oder so viele updates gehen ja immer den kreis genau immer weg ja und gleich werde ich auch sagen warum mir das spiel nicht gefällt und es ladet schon wieder extrem wir haben eine fanszahl von 55 56 leute 78 das war das höchste bis jetzt normal nämlich mit 30 40 50 auskommt auf spiel drauf an hier nämlich mit absicht nur mit 30 auf zumindest als höchstbeschränkung das reicht ja noch nicht mal das mikro an jahres an so zehn prozent ist geladen 14 und wir sind bei 121 ich bin überhaupt nicht noch hört 7 8 9 7 ja und das wird wahrscheinlich der grund sein das war gleich mal leute ja immerhin fast elf haben geschafft ich kann es noch mal vorlesen adenstadt könig leo hat für villagers in heroes auf stream abgestimmt du auch schleichwerbung stream habt ihr dafür abgestimmt ja ich hab und ich bereue es auch ein wenig ja 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 du musst dich rumheulen das ist ja es ist schade aber wir werden das gleich klären genau so jetzt sind wir doch schon bei 100 prozent wunderbar ich weiß nicht ob man überhaupt nicht versteht jetzt kommt wieder dass sie haben dementsprechend viel gold gewonnen und ich kann meine maus nicht bewegen aber mich noch hört weiß ich nicht jetzt ist auf einmal schwarzer bildschirm und das ist alles weg ja da kommt jemand angerutscht auf einmal so im moment mache ich mal weiß einfach kann man die hochauflösung von diesen grafik details auf komplett niedrig und schließen und er hängt wie sau wie sau der grund warum ich ich hoffe ihr könnt mich überhaupt noch hören der grund warum ich jetzt wirklich eben auch auf einmal habe ich 12 fps ja wunderbar war ganz niedrig ich habe ein pc der um einiges mehr schafft und selbst da hängt es ich habe mich entschieden das display wirklich aufzugeben wenn man das ohne fraps oder sowas aufnehmen weil ich muss wirklich eben um das spiel aufzunehmen muss ich fraps aufnehmen und gleichzeitig ein soundprogramm was man jetzt gerade nicht direkt hört ich höre überhaupt noch nicht mal musik auf im moment und daher ich kann das spiel sehr gut empfehlen ich kann das wirklich empfehlen das ist wirklich ein tolles spiel um auch wirklich eben wenn man erstmal weiterkommt ich habe ja mal charakter gab es dem wo ich auch ein bisschen weiter war als auch 20 aber zum aufnehmen ist das einfach wirklich nicht geeignet und daher möchte ich dieses display jetzt wirklich abbrechen und ja trotzdem würde ich euch empfehlen wirklich mal das spiel einfach anzuspielen das kann man auch auf facebook spielen ja man kann es auf facebook spielen und wenn man sich runterlädt und darüber spielt ich habe es nur nicht probiert über facebook zu spielen darüber facebook kann man sich über fraps aufnehmen über fraps läuft quatsch über über normalen pc läuft das wunderbar über facebook na klar da tut fast jedes spiel um die lecken das ist ja natürlich irgendwie das ist ja auch nicht um jetzt irgendwie was böses aber das liegt einfach daran an diese ganzen großen spieleranzahl und die ganzen leute weil das läuft alles über einen server und labla aber bei wenn man das spiel schon direkt als download anbietet wo es über eigene server geht dann sollte das dementsprechend wenigstens lag frei sein wir sind gerade bei fünf vier fünf fünf jetzt haben wir fünf fremd um sie und das geht nicht sechs die haben irgendwie also ich neues update gemacht und seitdem ist das extrem lag hier und daher ja also ich würde das jetzt wirklich eben beenden jetzt bin ich auch immer jetzt bin ich fast bei 30 wunderbar auf einmal aber trotzdem möchte ich das let's play jetzt eben beenden als ersatz gibt es natürlich ein neues let's play das werdet ihr die nächsten tage sehen wenn eben will schon hier ist die ganzen dinge aufgebraucht sind ich kann es auch schon im voraus sagen das ist simon sorgeress das ist ein adventure spiel von 1993 ja ich mache auch adventure spiele ein wirklich mein favorit also ich habe damals als kleines kind das nur gespielt wir machen als allererstes den ersten teil die mir da wirklich komplett durchspielen wo ich jetzt schon ein paar aufnahmen gemacht habe und muss sagen sonst spiele ich immer rollenspiele wo eben alles irgendwie eben von charakter hin ja eben wirklich eben normal ist wo man einfach wirklich eben eine normale stimme behält bei seinem sorgeress muss man schon verschiedene stimmen wir haben also stimmen lagen dass man sich auch wirklich immer reinversetzen kann und ja und da hatte ich schon wirklich einige probleme gehabt muss ich sagen also das ist wirklich für mich neu anfangen aber ich denke mal das wirkt mich auch weiter bringen und da wirklich einfach auch mehr wo ich dann sage okay das haben jetzt abgeschlossen und ich habe mich gesteigert bei seinem sorgeress 1 gibt es soweit ich weiß auch als sprachausgabe oder zumindest weiß es gibt es als sprachausgabe wo da komplett alle charaktere gesprochen werden aber ich habe mich mal wirklich eben prinzipiell wirklich dafür entschieden dass man ohne sprachausgabe zu machen wirklich alles vorzulesen und ja es gibt einige probleme ich mit anfangen der ist wirklich schön ja aber dann später die ganzen charaktere wirklich eben wirklich immer eine neue stimmenlage zu finden wo dann auch wirklich mal so sachen kommen wo dann auf einmal vier charaktere plus eben man selber eben dabei ist es ist schon schwer also das sollte mal jeder irgendwie wirklich der let's play macht man wirklich mal versuchen ja große rede kleiner sinn wie gesagt das let's play kann ich wie gesagt also dieses spiel kann ich nur empfehlen und daher tut es mir zwar leid dass wir das spiel jetzt abbrechen müssen aber ja ich denke es ist auch für einen guten zweck also für das spiel ich werde auf jeden fall dann nochmal irgendwie in diesem jetzt info video was wir jetzt machen das werde ich jetzt komplett hochladen ich glaube ich rede auch schon wieder fast 20 minuten ich habe da keine zeit entschätzung werde ich auf jeden fall ein info video hochladen und dementsprechend auch den link von diesen von diesen let's play eben hochladen also hier von diesem spiel aber damit auch das display beenden das liegt nicht an die entwickler die das irgendwie erstellt haben sondern eher an mir dass ich da vielleicht wirklich eben doch nicht so den guten pc habe was ich eigentlich dachte mit 8 kernprozessor und bla bla und grafik ach was nicht alles gern aber ich meine da gibt es immer oben wie irgendwelche bugs auch wenn man den besten pc hat da reicht da vielleicht der beste pc für die spiele auch wenn man irgendwelche älteren spiele spielen möchte oder spiele die nicht so eine große anforderung haben und das noch nicht mal auf mich fordern und da gibt es auch immer lecks siehe secret 1 zum beispiel also das spiel das ist ja schon sehr sehr alt und wenn ich das zum beispiel jetzt selber noch auf mein computer spiel leckt das leckt naja gut daher möchte ich auf jeden fall mich trotzdem verabschieden von diesen let's play und ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen was ich da jetzt in letzter zeit irgendwie alles hier versucht habe zu machen und ja und und weiter kommen wollte und bla 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 und wir sagen da einfach mal wirklich einfach mal dem team speak wunderbar und so wie es ist gehört ciao und ja meine da reicht schon machen wir chaui so und damit beendet jetzt dass Display und, ja, kriegt man noch eine Antwort? Kriegt man noch eine Antwort? Nein! Da läuft jeder rum, der ist gerade total irritiert. Oh mein Gott, was meint er? Oh mein Gott! Nein! Was meint er? Ich glaube, ja, ähm, der Kanak. Ja, ähm, ich guck mal. Ne, komm, ich geh runter. Ist mir egal. Okay, na gut. Dann trotzdem Tschüssi und ja, man sieht sich bei dem nächsten Display und das ist Simon Sorghwes. Guckt es euch an, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also, Tschüssi!